Gwen hatte Recht. Mit dem Tod ihres Meisters verschwand die einigende Kraft der Zerstörer. Diales und seine Zwerge verfolgten sie in die Tiefen der Erde. Es war ein Tag der Legenden. Diese Gefahr war beseitigt. Die Legenden lebten fort. Die kommenden Jahre würden Tyria neue Gefahren bringen. Neues würde sich rühren. Neue Opfer gebracht werden. Und die größte Bedrohung stand noch bevor. Sie sollte die ganze Welt verzehren. Und die größten Helden erfordern. Die Kinder der Legenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017